Wir haben jetzt eine Revision gehabt, die hat im Oktober begonnen und heute ist der Tag eigentlich, wo wir das Laufrad wieder mit dem Generator kuppeln, die sogenannte Hochzeit, würde man ja sagen. Das ist natürlich, wie der Name schon sagt, eine Hochzeit ist ganz was Besonderes. Das hat man nicht all den Tag und das ist auch für uns immer wieder eine spannende Sache, wenn man nachher die Teile wieder miteinander verbindet und vor allem dann, wenn dann alles fertig zusammengebaut ist und diese Anlage dann wieder zum Leben erweckt.